heute gehen wir es noch mal an herzlich willkommen zurück zum simulator 21 wir wollen heute noch mal was versuchen sprich den letzten teil dieser mission dass in der mitte werde ich also die zwei folge werde ich dann versuchen jetzt durch die letzte folge machen und alles andere und auf welcher nachmachen und da da muss man gucken dass wir doch die ganzen bis heute schon gefühlt haben so also erst mal die brauchen wir heute erst mal eine ausgeglichene rote brauche ich sehr gut wir haben alle lila ja gut natürlich ist mal des tagsüber das ist das problem an der sache die versuche zu suchen ist dabei das ist auch alles wieder wir brauchen grüne dinge das ist mit 100 park auch das ist nicht aber irgendwas was ich jetzt hochbauen kann das ist alles ein bisschen nervig gerade dass ich die nicht ich brauche das ist halt das problem alles dass wir noch nicht durch die salise was ist mit gold islands auch nicht so ganz doch nicht nur das sieht also aus als hätten wir noch nicht könnten das doch nicht angehen so ist das ist das gott nervig ja dann müssen wir tatsächlich jetzt erst mal versuchen anzugehen ich das gerne gehabt hätte kunja können wir nicht damit habe ich alles auf fünf da war aber alles auf fünf aber noch nicht die weil ich irgendwas was ich hoffe ob ich auch nicht packt auch noch mit drin haben und einer gute dann müssen wir es halt so angeht heute dann fahren wir das mal nach und nach die ganzen guten da habt mit wahrheit die haltestellung kriegen ich bin mal mit dir das gehört dir das ist sowieso das ist sowieso meine ist ist hier hier so warte mal wo wird die 25 eigentlich die beginnt jetzt im slow boulevard warte mal Hä? In Tunkies ist das So, schnell Reise So, Route 25 ist das Hier dieses Ikon hier Jetzt fahren wir das ganze Ding Ich warte, es ist wieder Mercedes Wie geht es? Warte mal Hanopax, Suncase, Pecunia Ist das für ein Bus eigentlich der? Der ist das So, die Leute stehen übrigens auf der anderen Seite Gut Dann müssen wir heute ein bisschen anfangen, Routenberg zu fahren Damit wir die weitermachen können Das würde ich jetzt eigentlich gerne So Heute ist der könnte schon raus wollen Na, ich will zum Beispiel Arnold Park Will ich zumindest mal noch 5 hochkriegen Ab und zu macht es Spaß die Bustür zu blockieren Damit der Busfahrer aufstehen muss Ja, da gibt es auch die Fresse So, also das ist jetzt hier diese Sonderrout Ich fahrt sich alle Das ist das Problem bei der Sache Ja, deswegen geht es Ich würde sagen, eine Weile dauert Das was wir hier noch mal zu Ende ist Ich komme, meine ich kannst du hier morgen ein nächstes Abend heißen Okay Ich habe auf der Party einem netten Mädel meine Nummer gegeben Ich hoffe sie rückt mich alle Mal gucken So, der Tageskater So, die nächste Stelle ist dann Pia Da hoffe ich, dass wir die auf 5 ausbauen können Aber ich will die nächste Option drin haben Ich brauche so viele wie möglich Einstelle statt Teile 5 Im Idealfall halt, wie gesagt, nicht Alles dasselbe So, was haben wir dann jetzt nächstes hier Mal die Fahne ausdrehen So, ich fahr jetzt hier links hallo pack ich weiß das ist ja alles ich habe gesagt hier danach haben da war nämlich die kunier schon hoch dann mal die view irgendwas haben wir schon um das ist eine 34 34 städte der dinge weil die lange hoch sind von 21 sicherheit so normale fahrkarte tageskarte und ich bitte eine fahrkarte haben klar so lebe ist das halt alles ausgerichtet werden muss ja ich würde mir auch war dieser fahrgast geben also sagt keine scheiß mucke scheiß aus das lenkt und noch mal ab das hat genau das ist gerade das mit dem mit dem leuten passiert so nächste stelle ist so höre ich dass das jetzt alles passt so das kann sein dass es jetzt ausgebaut wird hier hallo danke zwei brauche so dann geht weiter hier rechts Ja, ne, warte, wo sind die? Ich halte sie ja jetzt hier rechts, hier irgendwo. So. 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 ich habe ja noch nicht so wirklich alles zu spielen ist irgendwie entspannt und stressig gleichzeitig ich bin früher oft nach china-town gegangen aber in den glücksgästen sind immer so schlechte worten es also ich lasse jetzt statt die erzählte fahren hier sie die mpc ich habe genau so ja ich brauche eine andere rote das hatten wir noch in der rote verbunden ruten anzeigen die rundfahrt 47 37 ich hab mal gerade auf der andere ich soll mal wieder eine andere strecke fahren ich kann auch gerne selber fahren weil das ist wäre mir passiert ich hoffe dass du jetzt glück rote willen 47 ich möchte gerne mal die zeit mit angucken kommt der pier noch das ist sogar die letzte angestelle also ich muss jetzt gucken dass ich jetzt mal hier also jedes einzelne strohälbchen mit mir geht erst hier links ja so lebe sind halt nicht viele haltestellen die zu mir helfen kann es mal ausgleichen mein fahrgast möchte eine fahrgarte drei stück brauchst du sogar fahrgarten normale einfache weiter geht es 2 80 eine fahrgarte bitte warum machen wir die heute fahrgarten weil ich reingeht ich bin letztendlich draußen scheinbar war es das so fest so fest gar nicht es ist die nicht draußen meine katzen reden gerne miteinander dann halt nicht warum warum ich hab die rappel noch aus ich hab die rappel draußen gehabt oder mich gekommen wie soll ich die nicht so nicht das ich nehme den bus jeden tag und sitze genau auf diesem platz so nein so so hi So, äh, so ein Ticket, Wochenkarte. Die Power Street. So, dann habe ich ganz. So, wie gesagt, keine Scheine zurückgehen können. 2,80 gibt es zurück. Hallo, ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. 60 Cent. Ich habe hier noch eine ganze Weile brauchen, bis wir hier irgendwann mal mit diesem Spiel durch sind. Die Clay Street und dann geht es um Pia. Und dann habe ich das an mir, sagt Pia, ausgebaut. Fahrtag, Level 90. Eine Fahrkarte, bitte. Ja. Ich kriege jetzt regelmäßig Geld ohne Hände, also wir machen schon gutes Geld. So, normale Fahrkarte, Tageskarte. Das kann ich auch, wieviel wir brauchen, wissen doch, damit wir alle haben. Das ist ja, wo steht, wo sind wir von der Typ Typ. so ich hoffe dass wir jetzt noch hier muss jetzt ein bisschen behauptet dass man hier jetzt auch hat dieser wieder haltestelle jetzt und dann muss ich halt gucken dass ich vielleicht wieder doch noch mal eine andere gute mache so der eine teil ist leicht ich habe es vernünftig anschauen dann schaffe ich die locker mit dem Eier mit Eierheit zu stehen das taxi denkt ein bisschen mit gerade endlich so gut ich brauche jetzt nicht noch mal zu Ende fahren wir sehen uns in der nächsten folge wieder geht es weiter mit dem Display hier beim Bus Simulator und dann versuche ich noch mal die Rote anzugehen mit dem mit dem Rote Retailer